Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von LS19 hier aus TGames Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Wieso kann ich den anderen Hänger jetzt hier nicht abkippen? Du musst ein bisschen vorgerückt fahren. Oder die Abkipprichtung ist nicht fertig. Wo stelle ich die hier wieder ein? Oder ich muss auf den wechseln, glaube ich. Ja. Alles klar. So, dann kohletechnisch sieht es schon mal ganz gut aus wieder. Irgendwie resettet sich die Abkipprichtung immer wieder. Wahrscheinlich durchs Neuscheladen oder so. Ja. Aber die Abkipprichtung war es jetzt nicht. Ich musste einfach bloß drauf wechseln auf den Hänger. Hey, wir haben ein GPS bekommen. Was haben wir bekommen? Eineinhalb GPS. An Geld. Achso. Ja. Ja gut, dann können wir ja jetzt den grünen Traktor damit auch noch ausrüsten. Und ich werde dann mit dem grünen Traktor losfahren und dem vorderen Hänger, ich stelle jetzt bloß den hinteren Hänger hin quasi. Also den werde ich jetzt umrüsten, den Hänger, dass er quasi Pritsche ist. Und dann werde ich mit Gabelstapler und einem losfahren und werde nochmal eine Saatpalette holen. Ich werde eine Dünger und einen Pflanzenschutz holen. Damit wir dann nochmal alles da haben auf dem Hof und dann können wir dann langsam sicher loslegen. Du kannst ja dann in der Zwischenzeit schon anfangen, wenn du willst mit dem roten, einmal spritzen, Pflanzenschutz, wenn du noch da hast. Okay. Das kannst du dann auch vermessen, den Kurs. Wie sehe ich das einfach nicht? Pflanzenschutz ist das blaue. Achso, das musst du auch mal gucken, ob wir kalken müssen. Ja, es sind einzelne Spuren vom benötigt Kalk drinnen, aber nicht viel. Also bringe ich mal auf dem Feld raus und gucke einfach auf dem Feld, ob da irgendwo steht, benötigt Kalk. Ne, ich habe an der Ansicht geschaut, an der Kappe. Hier? Unter Escape, die erste Ansicht und dann habe ich Bodenbeschaffenheit umgeschaltet. Max von Bodenbeschaffen. Ja, das sind so ein paar Stellen, die wir beim letzten Mal nicht richtig getroffen haben mit dem Kalk, würde ich sagen. Genau, das sollte beim nächsten Mal besser werden. Ja. Also das heißt, dann müsste man wahrscheinlich beim nächsten Mal düngen. Ja. Also kalken. Kalken, ja. Also dann kannst du den ja quasi mit dem roten Traktor losziehen. Ja. Dann kannst du schon mal so viel wie Düngemittel noch da ist düngen. Glaub mal, du musst das Pflanzenschutzmittel aber raus machen aus der Spritze. Okay. Also wenn du mit Mähen fertig bist. In der Zwischenzeit hole ich dann. Ich glaube, der Pflanzenschutzmittel ist noch drin. Ja. Dann haben wir das nämlich auch schon durch. Dann haben wir nämlich schon einmal den gedüngt. Dann machen wir unsere Dreschgruber-Aktion dort. Schön zu zweit mit GPS. Oh, da freue ich mich schon drauf. Und dann, ähm. Ja, Pferde noch ausreiten für heute. Ja, fehlen dann nur noch zwei. Dann müssen wir noch mal Stelle putzen, Hühnerstall, Dingsstall, ne? Nein, also vier Pferde dann nachdem noch. Vier fehlen noch. Ja, kann sein. Was ich lustig gefunden hätte, wäre, wenn man am Pferd quasi die Hoop-Taste drücken könnte und da es so dann wie haben würde. Also wenn ein Pferd auf Befehl wiert. Weil so ein Pferd ja einen Knopf hinten hat zum Wieren, oder wie? Ja. Wann wird's denn? Wenn du mit dem ganzen Arm reinsteckst, oder? Also bitte. Hätt gemeint, hinten einmal am Schweif ziehen. Ja. Dann springst du mit den Hinterläufen hoch und dann hast du ein schönes neues Muster im Gesicht. Hast du John Wick schon gesehen? Nein. Okay, dann lass ich jetzt nicht weiter. Prüfungswoche ist halt dann doch dazwischen gekommen. Und an dem Tag, wo ich Zeit hatte, wollte keiner mit mir gehen. Na, das ist ja schade, dass keiner mit dir gehen will. Ja. Nicht mal deine Ablenkung? Nein, du hattest doch keine Zeit. Magst du mal nochmal, ob es immer noch keine Zeit hat? Und Thompson hat mal wieder Fotos sortiert. Ja, das macht er gerne. Ah. Noch ein Stück? Ja. Passt. Und das soll ich dann oben reinführen? Kannst du dir aussuchen. Du kannst auch den Rest, der oben noch drin ist, mit rausholen. Du kannst ihn noch verkaufen fahren. Das ist mir dann gleich, muss ich sagen. Okay. Weil wenn, wir haben das Raps, das was wir zurückgelegt haben, natürlich für den Moment zurückgelegt, da hat es ja mal irgendwann Schweinehuts anschaffen. Und. Ja, ein bisschen Backup kann auch nicht schaden. Ähm, ja. Wir haben auch eine komplette Ladung mit beiden Hängern voll mit Weizen da oben drin liegen. Also die können wir theoretisch auch einmal noch verkaufen. Wenn es dann irgendwie nötig ist, dass wir unbedingt Geld brauchen. Ja, Pferde haben wir auch noch. Ja. Also ich sag mal so, finanziell schien wir nicht schlechter ab. So, dann werde ich jetzt den Anhänger hier umrüsten. Dass der keine Seitenwände mehr hat. Ja. Und dann hole ich erstmal nochmal Saatgut. Also, dieser Werkzeugkasten ist Gold wert. Naja, gut. Ich wäre sowieso am Shop gewesen, also ich könnte es auch am Shop machen, also es ist nicht. Naja, aber ich mein, zum Umrüsten ist das schon. Weil. Der Tabber ist viel interessanter. Ja. Dass sowas halt nicht standardmäßig ergebaut ist, das verstehe ich noch immer nicht. Das weiß ich auch nicht, warum das nicht der Fall ist. Aber, naja, egal. Ich glaube, da rege ich mich bei jeder LS-Version, da rege ich mich darüber auf. Wie bei jeder Version, meinst du, wenn jetzt der nächste Patch kommt, dann ist es immer noch nicht drin. Nein, nein, nein. Beim 17er habe ich mich auch schon darüber aufgeregt. Ja. Kann ich mich gar nicht dran erinnern. Nein, da habe ich auch immer fluchen müssen, wenn ich alles abmontiert habe. Okay. Es ist einfach idiotisch. Hey, ich würde gern, äh, ich würde gern warten, mein Gerät. Hey, du musst dafür alles abhängen. Ja, nun. Das ist in der Werkstatt wahrscheinlich nicht anders. Ja, aber nicht, wenn du Reifen aufpumpen musst oder... Ja, nun. Also, ja, nicht. Ja, gut, aber den Hänger, den musst du schon abhängen, wenn du jetzt die Reifen wechselst oder so. Ich rede ja vom Aufpumpen. Ach so, na gut. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass die ganze Zeit das gleiche Lied im Hintergrund läuft, aber es ist so lang. Hehe. Ja, ich muss ehrlich sagen, also den Fendien fahre ich schon gerne, muss ich sagen. Also der ist schon von der Geschwindigkeit her zu diesem Hohl-Sachen und so sehr gut. Sehr gut gemacht. Sehr schön. Und so, jetzt kann ich das GPS ausschalten. Wollte man nicht den Straßensack ja schneller machen? Du hast gesagt, wir benötigen die Mott nicht. Nein, brauchen wir nicht. Ich kann die einfach überholen. Kann sie einfach auf die Seite schieben. Das geht leider nicht. Die Autos sind Beton, also die kriegst du nicht bewegt. Ich wollte sie ja mal mit dem Gabelstapler hochstapeln, aber das geht nicht. Pass. Dann kriegst du nicht hoch. Das Auto ist zu schwer, das kannst du nicht anheben. Aber es ist ja eine der großen Neuerungen im 19er, dass du jetzt auch Straßenverkehr im Multiplayer hast. Ja. Gab es ja früher nicht. Ich weiß nicht, ob das auch nötig ist. Ja gut, sieht ein bisschen der Benninger aus, die Welt halt, ne? Ja, finde ich den zu cooler als den Straßenverkehr. Naja. Der geht mir ja auf den Keks. So, dann wollen wir mal hier den Anhänger hinstellen. So. Dann drücken wir mal die P wie Paula-Taste und dann gehen wir jetzt nochmal ganz kurz hier hin. Und dann können wir nämlich zeigen, es gibt nämlich jetzt neu bei den Paletten, das ist die Saatgut-Palette. Vom Preis her nimmt es jetzt nichts. Die Tonne Saatgut kostet genauso viel wie beim anderen. Oder den Liter, das kann man sich ausrechnen. Hier hat man 2.100 Liter, kostet 1.990. 1.000 Liter kosten sonst 900. So, wenn man jetzt 1.000 mal 2,1 nimmt, dann kommt man genau da hin. Das heißt, es wird nicht billiger für uns, aber es ist halt mehr in einer Palette drinne und das ist ja auch schön. So, dann kaufen wir einmal noch Pflanzenschutzmittel. Detail jetzt kaufen, ja. Okay, zurück. Und einen Düngetank kaufen, ja. Okay, zurück. So, brauchen wir noch irgendwas von hier vom Shop, irgendein Material, was du jetzt unbedingt brauchst? Nee, ne? Mir fällt nichts an. Das ist sehr schön, dass dir nichts einfällt. Neue Fahrzeuge? Das kommt später. Ja, das, wenn du irgendwas kaufst im Shop, heißt das immer neue Fahrzeuge. Interessant ist, dass es genau 10.000 Euro sind, ne? Ja. Aber egal. War gerade verwirrt. Ja, neue Fahrzeuge kaufen wir später. Ja. Ja, eben. Und du hast gerade von Dünger reden und dann steht neue Fahrzeuge. Meine Güte. Hochhaltung halt. Mein Gott. Dann muss man alles ein bisschen umdeklarieren. Neue Fahrzeuge kommen von den Steuer, absetzen Dünger nicht. So, Abkippseite. So. Und kipp, kipp. Ich hatte heute auf der Uni eine sehr schöne Erfahrung mit meinem Handy. Ich habe ein Update gemacht. Und auf einmal hat es mein Entsperrmuster nicht mehr angenommen. Nach dem Update. Das ist aber gar nicht schön. Was machst du dann? Ähm. Was? Wie? Was mache ich dann? Ja. Du kannst nichts machen. Außer Handy theoretisch zurücksetzen. Aber da ich ja mein Handy quasi geanlockt habe, konnte ich mich mit dem Computer reinhängen, eine Datei entfernen und damit war das eine Datenbank eigentlich und damit war das Sperrmuster weg. Das heißt, wenn jemand dein Handy findet, kann er jederzeit, wenn das am Computer hängt, ein Sperrmuster annehmen. Du musst vorher noch entschlüsseln. Mit einem anderen Muster. Die Festplatte ist nochmal, also die Festplatte, der Speicher ist nochmal verschlüsselt. Okay. Okay. Aber... Wenn er ihn schafft zu entschlüsseln, dann schon. Okay. Ja gut, auf dem Handy sind jetzt die so wichtige Daten, glaube ich. Ja, und die Apps quasi, ähm, die kritisch sein könnten, sind nochmal extra verschlüsselt. Von der App aus. So, Pflanzenschutzmittel brauchen wir nicht, brauchen wir den Dünger, so. Weiß nicht, wie viel Düngemittel da noch drin ist, in dem Pass. Ähm... Ich glaube, es wird nicht ganz so weit reichen. Wie entlade ich? Äh... Deuerung I? I. Nein, nur I. Ups. Ich habe schon wieder das Pflanzenschutzmittel aufgenommen. Hm. Dann machst du da wohl was falsch, würde ich sagen. Danke. Das weiß ich. Ich bin hier ein bisschen zulein an der Wand gestampelt, während ich den von Denau ausgeladen habe. Ich fange gar nicht mal an zum Düngen, okay? Flüssigdünger 42. Ich stelle ihn nur mal für den Dings an. Okay. Das ist wirklich wenig, ja. Gut, dass ich jetzt gleich mit einem großen Fass komme hier. Dann fahren wir die Feldspritzen mal aus. So. Ähm... Wir gehen schon mal ins Menü. Ähm... machen... Feld... 3. U... Uiuiuiuiuiuiuiui. Hör? naja das hat gerade ein bisschen sehr das hat doch niemals fünf meter das sind doch mehr als fünf meter ausgeklappen musste das ding hab ich aber da nimmt er die falsche automatische breite das ding hat 21 meter bei mir das funktioniert wo ich es ausgeschlappt habe konnte ich dann 21 meter einstellen hat er auf auto das gefunden 21 meter das heißt ich soll es auf 21 minus 10 zentimeter einstellen ja so ein bisschen 20,9 ok so jetzt sprechen wir das 19,9 abspeichern ja wenn ich das mit den x löschen weil ich wollte nicht die vorherige spur überschreiben kannst du ja mit kannst ja mit beiden filmen machen mache es wohl so ich bin auch wirklich jetzt so ich habe material auf dem hänger du jetzt setzen wir wieder punkt ab da wurde nicht gesetzt so alles von laden ist ja schick wie viel raps hast du jetzt noch mal rausgeholt gehabt ich habe es rausgeführt ich frage nach wie fiel nicht wohin ich habe es ehrlich gesagt nicht geschaut warum guckst du noch so was nicht das sind wichtige informationen der punkt will sich nicht setzen lassen wie der punkt will sich nicht setzen lassen ich habe das an dem teil komplett ausgeschalten vielleicht musste das mal wieder einschalten das habe ich schon eingeschalten ja muss ich vielleicht das erste punkt hmm ich bin ja nicht sehr vertrauenserweckend jetzt ging es ich habe einmal aus dem traktor aus und wieder einstecken müssen mal dann wunderbar da hätte es mich fast auf die seite gelegt hier da hätte es mich fast auf die seite gelegt das glaubt man ja nicht ich bin schon das foto kann man mal kurz anhalten und speichern jetzt fahren wir zu feld 2 ähm soll ich das feld 2 auf der auf welcher seite soll ich das beginnen auch auf der rechten nö kannst du ruhig hier machen bleib mal kurz da hinten stehen was machst du jetzt da was upsala entschuldigung oh mein mikrofon bewegt sich automatisch einmal gegen das fahren wir ein Stück vor gucken wir mal ob du R drücken kannst ob er auflädt jo macht er okay da speichern wir jetzt das Feld ja das ist doch ein schöner Servicehänger ja ja so Feld 2 20,9 soll ich mal ein mikrofon einmal kurz geboxt ansonsten sich das ein bisschen in meine richtung bewegt hier vom Arm her hm schwierig sag ich mal so wir setzen jetzt wieder Punkt ah dann hängen wir den mal ab hier und setzen noch Punkt B ein bisschen zu nah dran abgesetzt glaube ich aber egal ach schau schau was so weit ein bisschen rumrühren hier mit der Lenkung sehr schön feichern okay Punkte sind gesetzt vielleicht wir können in der nächsten Folge düngen na du kannst ja schon düngen du kannst ja schon mal anfangen ich werde jetzt hier erstmal den Dünger abladen so das war eigentlich auch so gut aber hast du noch nicht auf die Uhr geschaut? ja trotzdem sag ich erstmal dass du das kannst ähm auf die Uhr hab ich geschaut äh dazu muss ich jetzt was sagen sagst du ja ja gut dann war das eine Folge LS19 hier aus T-Games Studio mein Name ist Master Schröder bei uns war der Chaos wenn es euch gefallen hat könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo ich würde mich riesig drüber freuen wir uns beim nächsten Mal wiedersehen bis denn tschüss ciao